Musik Dann habe ich euch zwei Zeugnisse mitgebracht. Und zwar das eine aus Honduras und das zweite aus Mexiko. Da schreibt uns jemand aus Honduras, Über längere Zeit war ich gebunden, lebte als Prostituierte und ständig alkoholisiert. Ich hörte nicht auf die Ratschläge meiner Mutter. Meine Mutter war zu Besuch in Puerta Gábezas, das ist Nicaragua. Und so kam es, dass sie dort eine Veranstaltung besuchte. Dort wurden MP3-CDs mit Predigten von Pastor Erich Engler an die Anwesenden verschenkt. Meine Mutter bekam auch eine. Meine Mutter kam zurück nach Honduras. Sie gab mir diese CD. Und ganz neugierig begann ich sie zu hören. Es geschah etwas Unbeschreibliches. Beim Hören wurde mein ganzer Körper wie von Feuer erfasst. Ich wurde von Gottes Liebe überwältigt. Heute weiss ich, dass es der Heilige Geist war. An dem Tag wurde ich mit Gott versöhnt. Jetzt besuche ich regelmässig eine Gemeinde. Herzlichen Gruß und herzlichen Dank an Pastor Erich und Pastor Eduardo. Solche Zeugnisse erhalten wir regelmässig, wo auch die ganzen Pastoren, die dort in Nicaragua und überall tätig sind, und sie das von uns verteilen, also an alle, bei uns ist Kopieren erlaubt. Also eigentlich nicht erlaubt, sondern erwünscht, müsste man sagen. Und weil wir hören dann immer wieder, wie Menschen zum Herrn kommen, wie Menschen die Gnade kennenlernen, und das ist so wichtig. Und auch dieses zweite Zeugnis ist sehr eindrücklich. Da schreibt jemand aus Mexiko, Lieber Pastor Eduardo, vor gut einem Jahr habe ich Ihnen geschrieben, nachdem ich die Iglesia dellinternet.com im Internet entdeckt hatte. Zu der Zeit ging es uns sehr schlecht. Wir sind arbeitslos geworden, aufgrund, dass wir unser Gehalt als Mitarbeiter in einer Gemeinde verloren haben. Mein Mann versuchte, durch Gelegenheitsarbeiten etwas zu verdienen. Wir haben in dieser Gemeinde viel Negatives erlegt. Dort wurde intensiv gegen Sünde gepredigt. Wir lebten in Angst und Schrecken. Wir glaubten, dass wir die Erlösung verlieren würden und konnten nie sicher sein, ob wir bei der Entrückung dabei sein würden. Unsere Kinder hatten Panik vor der Entrückung, ganz besonders unser Sohn. Das ist passiert, wenn eine falsche Message gepredigt wird. Leute bekommen Angst. Sie bekommen Angst, dass sie etwas verpassen. Einige Pastoren predigten intensiv gegen Ehebruch. Etwas später sind sie selber in diese Sünde gefallen. In anderen Bereichen ist es ähnlich gewesen. Wir konnten den in der Gemeinde praktizierten Befreiungsdienst nicht verstehen und mittragen. Eines Tages wurde unser Sohn ohne unsere Erlaubnis in ein Zimmer gebracht, wo einige versuchten, bei ihm Dämonen auszutreiben. Danach ging es unserem Sohn überhaupt nicht gut, verständlicherweise. Pastor Eduardo, Ihre lange E-Mail, in der Sie unsere Fragen mit dem Wort Gottes beantwortet haben. Seitdem hören wir alle Predigten von Pastor Engler. Wir danken dem Herrn für iglesiadelinternet.com. Dort finden wir wahre geistliche Nahrung. Im Laufe des Jahres hat sich durch Lesen und Hören viel in unserer Familie verändert. Wir beginnen Gottes Gnade und Gunst zu geniessen. Unsere Kinder sind begeistert, dass sie nicht Angst vor der Erdrückung haben müssen. Wir konnten mit einem kleinen Geschäft beginnen. Und das läuft schon erstaunlich gut. Die Gunst unseres Herrn. Wir lieben euch und ihr seid immer in unseren Herzen. Vielen Dank für alles aus Mexiko. Also ihr seht, wenn falsche Lehre vermittelt werden, kommen Menschen unter Druck, Verdammnis, haben Angst. Angst vor der Erdrückung. Angst, sie könnten den Zug verpassen. Angst, sie wären nicht dabei. Aber dem ist nicht so. Und wenn wir das Wort Gottes anfangen, eben zu richtig zu hören und für uns vor allem auch zu predigen, dann kommen Menschen aus diesen Ängsten heraus, aus diesem Verdammnis heraus, werden befreit und können in einem Jahr wieder selbstständig, freudig leben, Geschäfte aufbauen und florieren. Das ist auch das, was der Herr möchte. Amen. Das passt eigentlich ganz gut zu meiner Saat- und Erntebotschaft, die ich vorbereitet habe für heute Morgen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, sind wir immer gesegnet? Oder sind wir nur dann gesegnet, wenn es der Wirtschaft auch gut geht? Und ich musste mir diese Frage dieses Jahr ganz ernsthaft stellen. Denn wir leben in einer bewegten Zeit heute. Es verändert sich alles sehr schnell. Einfache Pressekonferenzen vernichten sehr viel Geld. So wie wir das hatten am 15. Januar mit der Pressekonferenz der Schweizerischen Nationalbank, die innerhalb weniger Minuten Millionen, ja sogar Milliarden vernichtet hat. Indem, dass sie den Mindestkurs aufgehoben hat. Riesige Geldmengen wurden innerhalb von Minuten entwertet, hatten einfach 15-20% weniger Wert. Und ich möchte euch heute mein Zeugnis von dieser Zeit erzählen. Denn wir selbst, meine Firma hat auf einen Schlag rund knapp 150.000 Schweizer Franken verloren. In Form von ausstehenden Debitoren, Kundenaufträge, die nicht nachverhandelt werden konnten, Geldwerte auf den Konten und so weiter, die waren einfach weg. Und das waren knapp 10% vom geplanten Umsatz dieses Jahr. Oder etwa das Doppelte vom budgetierten Gewinn. Also, ich machte mir Sorgen. Was, Pastor Michael macht sich Sorgen? Ja, ich machte mir Sorgen. Ich überlegte mir, was heisst das jetzt? Muss ich Mitarbeiter entlassen? Was muss ich tun? Denn es war ja mehr als der Gewinn, den ich budgetiert hatte. Also, wie kann ich das lösen? Und da wir rund etwa 70-80% Export haben, ist das natürlich dann nicht ganz einfach. Ich überlegte mir, wie verhält sich jetzt der europäische Markt? Bin ich überhaupt noch fähig, im Euro-Raum etwas zu verkaufen? Oder bin ich jetzt einfach viel zu teuer? Erhalte ich die Aufträge noch? Oder wie wird das weitergehen? In den Medien hörte man auch nur Schlechtes. Man sprach davon, der Tourismus wird zusammenbrechen und das wird zusammenbrechen und alles. Und das ist nicht unbedingt motivierend in einer solchen Situation. Doch trotz all diesen Nachrichten und auch meinen eigenen negativen Denken in gewissen Zeiten, glaubte ich immer irgendwie an die Gunst und die Versorgung des Herrn. Denn irgendwo in diesem dicken Buch stand oder steht, dass er uns nicht hängen lässt. Und auch wenn man das nicht immer ganz präsent hat, habe ich doch irgendwie daran geglaubt. Er würde für uns sorgen. Und dann stösst man auf Bibelstellen, wie zum Beispiel Galater 6, Vers 9. In solchen Situationen ist es nicht ganz einfach, solche Bibelstellen richtig zu interpretieren. Man kommt unter Druck. Man hat das Gefühl, okay, jetzt auf keinen Fall aufgeben. Auf keinen Fall aufgeben. Nun, es ist tatsächlich so, dass man ein bisschen Durchhaltewillen braucht. Auch wenn es mal eng wird. Denn der Teufel versucht uns immer zu sagen, das wirst du nie sehen. Du wirst es nicht schaffen. Die Krise, die kannst du nicht überwinden. Schau mal dein Unternehmen an, das ist ja so klein. Ich meine, der Verlust, der ist so riesig, das kriegst du nicht wieder wett. Also es ist nicht ganz einfach in solchen Situationen. Aber es gibt auch sehr motivierende Bibelstellen. Psalm 23, Vers 5, Vers 6. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fliesst über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und das sind die Bibelstellen, die ich mir dann eben raussuche. Und an denen ich festhalte und sage, Herr, da steht es. Du bereitest mir einen Tisch im Angesichts meiner Feinde. Und das war in dem Moment die Frankenstärke. Und so spricht man eben diese guten Bibelstellen über sich aus. Man nimmt sie in Anspruch und man gibt nicht auf. Im Gegenteil. Die meisten meiner Mitarbeiter waren bereit, auf 10% ihres Gehalts freiwillig zu verzichten. Wir haben auch andere Massnahmen noch ergriffen, um die Liquidität zu schonen. Und wir haben härter gearbeitet als zuvor. Ich dachte, wenn wir das machen und in dieser Situation, dann lässt die Motivation der Leute nach. Aber ich habe gemerkt, in solchen Situationen wächst das Team zusammen, wenn man das anpacken kann mit den Leuten. Auf eine gute Art und Weise. Und so hat sich aus dieser sehr negativen Situation für uns, haben sich viele neue Ideen aufgetan. Massnahmen. Entwicklungsmassnahmen für das Unternehmen und so weiter. So haben wir uns entschieden im Juni, trotz aller Krise und allen Situationen, dass wir noch mehr Personal einstellen. Weil wir hatten ja die Arbeit. Die Arbeit war grundsätzlich da. Sie hatte einfach nicht mehr viel Wert. Und wir bekamen eigentlich nicht mehr das, was wir hätten bekommen sollen. Und wir gingen ein grosses Risiko ein und haben gesagt, okay, wir machen das. Wir stellen noch jemanden ein, der uns im Verkauf und in der Kundenberatung unterstützt. Und diese Person ist jetzt sich am Einarbeiten, macht das sehr gut und entlastet mich stark in verschiedenen Bereichen. Und jetzt werden wir schauen, wie sich das entwickelt. Nun, letzte Woche haben wir wieder einige Bestellungen gekriegt. Und da habe ich gedacht, super, preis dem Herrn. Wieder Arbeit. Brauchen wir bis Ende Jahr. Beim Controlling, das wir gemacht haben, dann am Donnerstag, haben wir gemerkt, dass wir den Jahresumsatz an Aufträgen drin haben für dieses Jahr. Wir haben sogar schon einiges darüber und alles, was jetzt noch kommen wird, ist plus, plus. Natürlich brauchen wir das alles noch zu verarbeiten bis Ende Jahr. Aber der Herr sorgt sich für uns. Unsere Becher fliessen über. Auch wenn solche Situationen sind, können wir darin wachsen. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Nicht aufgeben in diesen Situationen. Motivierende Bibelstellen auch suchen. In Anspruch nehmen für einen selber. Für das Unternehmen oder was es gerade betrifft. Der Herr lässt uns nicht hängen. Er versorgt uns. Und er wird uns plus, plus versorgen. Amen. Steht doch bitte auf. Nehmt eure Gaben. Erstlinge, Zehnten in die Hand. Ich möchte gerne noch beten. Danke, Vater, für deine Versorgung. Danke, Vater, lässt du unsere Becher überfliessen. Bereitest du uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Danke, Herr, dürfen wir einfach wissen, dass du uns durch alle Situationen trägst. Dass du uns stärkst darin, uns motivierst, uns auch neue Ideen gibst. Danke, Herr, dürfen wir wissen, dass du immer bei uns bist. Dass du uns versorgst und überversorgst, egal in welchen Situationen wir gerade sind, Herr. Wir danken dir. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für Jesus, für die Lieblichkeit seiner Person, für die Vollkommenheit seines Werkes. It's all about Jesus. Amen und Amen und Amen. Preis dem Herrn. Wow, so gut, so gut. Der Herr hat soeben zu mir gesprochen, als wir jetzt noch im Lied waren. Und du hast vielleicht auch schon bemerkt, ich predige nicht so viel Praktisches. Zum Beispiel, wie du deine Frau behandeln solltest. Einmal im Jahr haben wir Ehebereicherungstage. Und dann nehmen wir uns Zeit für die praktischen Dinge. Zwischendurch predige ich mal eine praktische Botschaft. Aber die meiste Zeit predige ich Jesus und Erlösung. Die praktischen Seiten und Resultate hörst du anhand von den Zeugnissen. Die, die er vorgelesen hat, Pastor Michael, sein eigenes Zeugnis. Das sind die praktischen Seiten, die du hörst als Resultat. Aber ich predige nicht so viel praktisch auf der Seite. Zum Beispiel, wie du dich als Christ benehmen musst. Ich habe herausgefunden, das nützt sowieso nichts. Spass beiseite, es hilft schon. Aber du hast auch schon bemerkt, ich predige nicht die ganze Zeit christliches Verhalten und christliche Lebensweisen und christliches Benehmen, sondern Jesus. Und vor allem Erlösung. Und der Herr sprach zu mir vor zwei Minuten, als wir dieses Lied gesungen haben. Weil dieses Lied geht voll um Erlösung. Okay? Denn er hat uns komplett erlöst. Und hier ist das Geheimnis der Erlösung. Erlösung ist allumfassend. Okay? Rettung ist allumfassend. Rettung ist nicht nur geistliche Rettung. Der Herr erlöst dich und rettet dich aus finanziellen Problemen. Der Herr erlöst dich und rettet dich aus gesundheitlichen Herausforderungen und Problemen. Amen? Das ist, was der Herr tut. Und wenn wir Erlösung predigen, dann passiert Erlösung dort, wo du Erlösung brauchst. Und wenn wir Verhaltensweisen, Benehmensarten predigen und verkündigen, dann liegt der Ball auf deiner Seite, dass du etwas tun musst. Damit der Herr etwas verändern kann. Aber der Weg der Erlösung ist viel grösser. Ist viel besser. Und er ist viel müheloser. Hast du gewusst, wenn du vom Brandopfer hörst, dann kann er dadurch deine Ehebeziehung heilen. Wenn du Jesus als Speiseopfer kennst, kann er deinen Körper heilen. Amen? Wenn du Jesus als Friedensopfer kennst, kann er deine Firma retten. Was hat das mit all dem zu tun? Erlösung. Bilder, Abbilder und Schatten von dem, was Jesus getan hat. Die Resultate hören wir anhand von den Zeugnissen. Preis dem Herrn. Aber die Predigt soll kein Zeugnis sein, sondern die Predigt soll die Botschaft der Erlösung sein, die Zeugnisse folgen. Das ist die praktische Seite. Amen? Und das ist, was der Herr einfach zu mir sagte vor zwei Minuten. Preach Redemption. Predige Erlösung. Predige Jesus. Predige Erlösung und ich werde die Beziehungen der Menschen heilen. Predige Erlösung und ich will ihre Firma retten. Halleluja. Predige Erlösung und ich will die Ehe wiederherstellen. Predige Erlösung und die Kinder werden gerettet. Predige Erlösung und preist dem Herrn, dein Körper wird heil. Amen? Ist es nicht grossartig? Denn Erlösung ist allumfassend. Und alles ist in der Erlösung drin. Alles, was wir als Menschen brauchen, liegt in Redemption. In Erlösung. So wie wir gesungen haben, er dreht den Fluch um in Segen. Wann? Wenn wir die Erlösung kennen. Halleluja. Ist es nicht grossartig? Okay. Das ist der Grund, weswegen du nicht so sehr das Praktische von mir hörst. Schon zwischendrin einmal kommen die praktischen Dinge. Und wie gesagt, die Ehebereicherungstage sind oftmals sehr praktisch. Auch etwas lustig oftmals. Aber normalerweise geht es um Jesus und sein Erlösungswerk. Und es ist nicht fantastisch, dass wir in den letzten Wochen, sogar Monaten, haben wir einfach über diese verschiedenen Opferarten gepredigt. Über diese verschiedenen Opfer. Denn es gibt fünf Hauptopferarten in der Bibel. Das Brandopfer ist das allererste und das Hauptopfer. Zu dem komme ich dann später noch. Nicht heute, aber später. Dann kommt das Speiseopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Diese fünf Opferarten unter dem Gesetz. Diese fünf brauchte es. Fünf ist die Zahl von Gnade. Diese fünf brauchte es, um das Erlösungswerk zu beschreiben. Eins hätte nicht gereicht. Zwei hätten nicht gereicht. Es brauchte alle fünf, um zu beschreiben, was Jesus für dich und mich am Kreuz tat. Und früher hast du die Bibel vielleicht so gelesen. Du kamst zum dritten Mose und du sagst, ah, okay, okay, machen wir einfach. So hast du dann die Bibel gelesen. So hast du die Bibel gelesen. Dritte Mose, Kapitel 5, 6, 7. Das sind all die Opferarten, all diese langen Tieropfer, diese blutigen Opfer, die mir nichts sagen. Heute studieren wir die Opfer. Heute sind wir in der Tiefe da drin. Heute sind wir begeistert darüber, weil wir darin Jesus sehen. Und die Vollkommenheit seines Werkes. Wow. Halleluja. Deswegen sagte ich, ein Brandopfer kann deine Ehe heilen. Amen. Ein Speiseopfer kann deine Kinder, die fortgerannt sind, zurückbringen. Amen. Nicht, weil du es gibst, sondern weil du es hörst. Weil so kommt Gunst in dein Leben. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, dann hält er alles zusammen. Wenn aber wir im Zentrum sind und was wir tun müssen, dann versuchen wir es zusammenzuhalten. Deswegen in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, Church, Church, in der Grace Family Church, hörst du nicht, was mit dir alles nicht stimmt. Und was du alles verändern solltest. Hier hörst du, was Jesus für dich getan hat. Und das bringt die Verwandlung. Amen. Wow. So gut, so gut, so gut. Seid ihr bereit, sich ganz neu in Jesus zu verlieben? Denn du bist in eine große Liebesaffäre verwickelt. Amen. Preis dem Herrn. Und zwar, Jesus ist ein Lover. Amen. Preis dem Herrn. Er ist ein Lover. Amen. Weisst du was, diese Daten darfst du offenlegen. Weil Jesus dein Liebhaber ist. Amen. Er liebt dich so sehr, dass er einfach möchte, dass du dich in ihn noch mehr verliebst. Denn er hat dich zuerst geliebt. Wir müssen nicht versuchen, ihn zuerst zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir das verstehen, dann verlieben wir uns automatisch in ihn. Wow. Weil er dich so sehr liebt. Und deswegen sehen wir all diese Abbilder und Schatten, welche in Jesus erfüllt wurden. Im Alten Testament. Und es ist so begeistert. Und letztes Mal haben wir angefangen, über das Sündopfer zu sprechen. Und wir werden das heute weitermachen und dann auch zum Schuldopfer kommen. Je nachdem werden wir heute durchkommen, sonst hängen wir noch einen dritten Teil nächstes Mal an. Aber wir haben Folgendes gesagt. Zu diesen fünf Opferarten, eigentlich in der Reihenfolge von der Auflistung von dritter Mose, sind das die zwei letzten. Das Sündopfer und das Schuldopfer. Zuerst kommt das Brandopfer, das Speiseopfer, das Friedensopfer, Sündopfer und dann das Schuldopfer. Also in der Reihenfolge von dritten Mose, wo wir all diese Opferarten finden, sind es die zwei letzten. Aber das Sündopfer ist eigentlich für uns das Erste, sozusagen. Weil der Unterschied zwischen dem Sündopfer und dem Schuldopfer, sie sind sehr nahe beisammen, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Das Sündopfer ist simpel und einfach, das Sündopfer nimmt deine sündhafte Natur weg als Mensch. Okay? Das ist, was das Sündopfer tut. Jesus als Stellvertreter nimmt unsere Sünde, unsere sündhafte Natur. Okay? Unsere Natur der Sünde, des menschlichen Versagens, des geistlichen Todes wird auf Jesus gelegt. Und das Schuldopfer, das behandelt all deine Versagen als Christ. Wenn du Christ bist, dann bist du vollkommen im Geist. Du bist vollkommen in der Erlösung, aber noch nicht perfekt im Wandel. Wow, ihr schaut mich alle an und sagt, so, hey, das ist was, was du redest da. Ich bin vollkommen. Nein, nein. Verstehst du, was ich meine? In der Erlösung bist du perfekt. Von der Erlösung her kannst du sie nicht mehr verlieren. Jesus hat den Preis bezahlt. Aber im Wandel sind wir nicht vollkommen. Im Wandel machen wir Fehler. Im täglichen Umgang mit Menschen. Und so gibt es eben auch vom Schuldopfer her zwei Arten von Vergehen. Vergehen gegenüber Gott und Vergehen gegenüber Menschen. Ganz genau. Die so aussehen wie dein Nachbar. Okay? Also Vergehen gegenüber dem Herrn und Vergehen gegenüber Menschen. Und das sind Dinge, die immer wieder mal passieren. Aber dank sei Gott. Das Schuldopfer, das zum Sündopfer gehört, hat auch das für uns erledigt. Hat auch für uns Vorsorge geschaffen. Praise the Lord. Nun, letztes Mal haben wir vor allem über dieses Sündopfer gesprochen. Und ich möchte, dass du etwas siehst. Und zwar, wir gehen kurz zu der Stelle dort, wo wir es finden. Und zwar im dritten Mose. Im dritten Mose, im vierten Kapitel. Verse 8 bis Verse 12. Dort sehen wir das Sündopfer. So wie es gegeben wurde. Das ist das Abbild und der Schatten, von was Jesus am Kreuz für uns erfüllt hat. Okay? Das ist der Schatten davon, das Abbild davon. Und lass mich das hier für dich lesen. Und zwar dritten Mose, vier. Ich glaube, wir beginnen ab Vers 8. Wir beginnen ab Vers 8. Dieses Sündopfer wird gegeben. Okay? Und jetzt wird es auseinandergenommen. Und er sagt, alles Fett des Sündopferstieres. Siehst du, hier wird ein Stier gegeben. Siehst du das Wort Sündopfer hier? Alles Fett soll er von ihm ablösen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt. Und alles Fett, das an den Eingeweiden hängt. Dazu die beiden Nieren samt dem Fett daran, das an den Lenden ist. Auch den Leberlappen samt den Nieren soll er es wegnehmen. Und jetzt hast du einen Schnellkurs in Medizin gemacht. Welches Wort kommt hier häufig vor? Fett. Jedes Detail hat hier eine Bedeutung. Und ich muss dir zuerst erklären, was das Fett hier bedeutet. Denn wir sehen nachher, dass das vom Fleisch getrennt wird. Wir werden nachher sehen, dass das Fett genommen wird und auf dem Brandopferaltar verbrannt wird. Aber das Fleisch wird genommen und an einen anderen Ort geführt. Ausserhalb des Lagers. Ausserhalb der Stiftshütte. Und wird ausserhalb verbrennt. Und das hat eine tiefe, grossartige Bedeutung und Wahrheit. Amen. Willst du wissen, was das bedeutet? Das Fett ist ein Bild von der Sündlosigkeit Jesu. Denn der Mensch Jesu war komplett sündlos. Sein Wesen war sündlos. Er wusste von keiner Sünde und er kannte keine Sünde, sagt uns Paulus. Das heisst, Jesus hat nie Sünde erfahren. In seinen Gedanken, in seinem Inneren, in seinem Wesen war nichts Sündiges. Nicht einmal ein sündiger Gedanke. Never ever. Halleluja. Das macht ihn zum perfekten Opfer. Nun Gott weiss natürlich, dass es Sünde gibt, was Sünde in dem Sinn ist. Aber Jesus als Mensch war vollkommen rein. Er hat erste Erfahrungen gemacht mit Sünde am Kreuz. Als die gesamte Sünde der Menschheit auf ihn gelegt wurde. Stell dir vor, wie wertvoll kostbar deine Erlösung ist. Jesus, der von keiner Sünde wusste, noch Sünde kannte. Erst am Kreuz, als er am Kreuz hing, wurde Sünde auf ihn gelegt. Und zwar die ganze der Menschheit. Wir wissen, wir wissen, was Sünde ist. Wir sind konfrontiert jeden Tag damit. Jesus machte die erste Begegnung damit am Kreuz. Wow, was für ein Leiden. Was für ein Leiden. Und jetzt hier in diesem Opfer, siehst du diese Sündlosigkeit, diese Natur der Sündlosigkeit. Das haben wir eben schon betrachtet beim Speiseopfer. Das Ungesäuerte ist dasselbe Bild. Ungesäuertes ist das sündlose Wesen von Jesus. Gesäuertes ist immer ein Bild von Sünde in der Bibel. Und hier eben mit dem Fett. Das Fett repräsentiert Jesus' Sündlosigkeit. Und es wird ganz behutsam und klar abgetrennt vom Fleisch des Stieres. Es wird getrennt. Und wenn wir weiterlesen, wenn wir weiterlesen, im Vers 10, gleich wie man es von dem Rind des Friedensopfers abhebt. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen. Also er trennt das Fett und er legt es auf dem Brandopferaltar. Nun das Brandopfer ist ein Bild davon und ein Schatten von der Kostbarkeit Jesu. Das Brandopfer war eigentlich das Hauptopfer von all diesen fünf Opferarten. Denn das Brandopfer war ein lieblicher Geruch. Für wen? Für den Herrn. Das Leben Jesu war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Ein lieblicher Geruch. Und wenn sie auf dem Brandopferaltar, also wenn sie Brandopfer opferten, dann stieg dieser Rauch auf. Und Gott hatte Freude daran. Gott mochte es. Gott mochte diesen Rauch zu riechen. Denn es war ein lieblicher Geruch. Jesu Leben war durch und durch, vom A bis Z, von Geburt über das Babystadion bis hin zu seinem Opfertod mit 33 Jahren am Kreuz. Sein ganzes Leben war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Und so ist unser Leben heute in den Augen Gottes. Denn wir sind in Christus mit ein lieblicher Geruch. Halleluja. Selbst wenn du versagst, verfehlst oder sündigst, du bist und bleibst immer noch ein lieblicher Geruch. Halleluja. Weil Jesus deine Sünde genommen hat. Preis dem Herrn. Dieser liebliche Geruch zeigt die Wert, das Kostbare an Jesus. Und somit wird dieser Teil, wird eben nicht mit den anderen Teilen des Rindes oder des Stieres verbrannt. Es wird getrennt. Und so kommt dieser Teil auf den Brandopferaltar. Dort geht er in Rauch auf. Und jetzt im Vers 11. Schau dir das an. Aber das Fell des Jungstiers, all sein Fleisch, samt seinen Kopf, seinen Schenkeln, seinen Eingeweiden, plus der Unrat. Das ist nicht mehr das Fett. Das ist der andere Teil dieses Opfers. Und lasst es mich so beschreiben. Auf die drei Hauptmerkmale hin. Das Fleisch, der Kopf und der Unrat sind Bilder, Abbilder und Schatten von all unseren Verfehlungen. Verfehlungen, Sünden in deinem Kopf. Gedanken in deinem Kopf, die nicht da sein sollten. Das Fleisch der Sünde. Denn siehst du, der Mensch ist vollkommen erlöst. Aber er hat immer noch Fleisch. Und dieses Fleisch der Sünde, diese Sünde im Fleisch, wie wir vor einigen Wochen gesehen haben in Römeracht, wurde verurteilt. Als Jesus am Kreuz hing, verurteilte er unsere Sünde im Fleisch. Siehst du, deswegen haben wir immer noch damit zu tun. Und ab und zu haben wir Herausforderungen. Und der Herr wird dir das nicht wegnehmen. Oh Herr, nimm die Herausforderung aus meinem Leben weg. Das wird er nicht tun. Oh Herr, nimm diesen Jähzorn aus meinem Leben hinweg. Das ist Sünde im Fleisch, die verurteilt wurde. Und je mehr wir in Christus seine Erlösung sehen, preist dem Herrn, desto mehr werden wir dort eben auch Erneuerung erfahren. Und desto mehr werden wir dort Sieg erfahren. Situationen brauchen nicht zu bleiben, wie sie sind. Aber das Allerwichtigste ist, er hat das verurteilt, damit du, wenn es dir wieder passiert, nicht unter Verurteilung kommst, sondern weisst, danke Herr, du hast mir alle meine Sünden vergeben und ich weiss, nächstes Mal machen wir es besser. Weil der Heilige Geist mir hilft, mein Jähzorn unter Kontrolle zu halten. Mein Temperament unter Kontrolle zu halten. Der Herr hilft dir dabei. Amen. Aber was viel wichtiger ist, dass du keine Verdammnis und Verurteilung davon hast, wenn es passiert. Und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir sehen müssen. All das, was hier getrennt wird, das kommt was? Das kommt aus dem Lager. Das wird herausgeschafft. Denn im Vers 12 sagt er, den ganzen Jungstier soll man hinaus vor das Lager bringen. Siehst du? An einen anderen Ort. An einen reinen Ort, wohin man die Fettasche schüttet und ihn auf einem Holzfeuer verbrennen. Am Aschehaufen soll er verbrannt werden. Das Symbol der Sünde wird aus dem Lager geschafft. Und ausserhalb wird es geopfert oder verbrannt. Und was übrig bleibt, ist Asche. Das ist die Finalität der Sünde. Asche. Das ist, was übrig bleibt. Kannst du nicht mehr greifen. Es zerbröckelt und zerbröselt. Wenn du Asche greifen willst. Hast nichts mehr Greifbares. So sieht Gott uns. Halleluja. Preis dem Herrn. Aber es wird an einen anderen Ort gebracht. Ausserhalb des Lagers. Was bedeutet das? Hast du gewusst? Paulus hat davon geredet. Paulus hat davon gesprochen, und zwar im Hebräer. Im 13. Kapitel. Verse 9 bis 13. Lass uns das lesen. Paulus greift das auf. Greift das auf. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Das hat Pastor Michael vorher erwähnt. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Und das geschieht nur durch was? Grace. Dein Herz wird fest durch Gnade. Okay? Und nicht durch all die Dinge, die wir vorher im Zeugnis gehört haben, wo diese Familie davon befreit wurde. Mit ihren Kindern. Das Herz wird fest durch Gnade. Halleluja. Was durch Gnade geschieht. Nicht durch Speisen, von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Nächster Vers. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden ausserhalb des Lagers verbrannt. Paulus nimmt dieses Opfer, das Sündopfer, und er greift das Thema auf. Dieses Fleisch, dieser Kopf, dieser Leib, wird ausserhalb des Lagers geschafft und dort wird er verbrannt. Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, ausserhalb des Tores gelitten. Also siehst du, jedes Detail in der Bibel, sogar das Hinausbringen dieses Leibes, dieses Fleisches, dieses Kopfes und des Unrats, ist ein Bild für Jesu Opfer. Gewaltig, oder? Gewaltig, oder? Und dann lesen wir. So lasst uns nun, lasst uns, jetzt kommen wir ins Spiel, lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Lasst uns, das sind wir, zu ihm hinausgehen, ausserhalb des Lagers. Und seine Schmach tragen. Wow. Und du sitzt da und denkst, meine Güte, was bedeutet das? Und ich sage, wow. Weil ich weiss, was es bedeutet, aber. Wow. So cool, so grossartig. Und ich bin sicher, du willst es auch wissen. Paulus sagt uns hier, wir alle zusammen sollen nicht mehr zurück ins Lager gehen. Denn das Lager ist ein Bild von unter Gesetz sein. Unter dem Gesetz sein. Er sagt, wir sind ebenso wie Christus, ausserhalb des Lagers. Denn Christus wurde durch sein Opfer, nochmals, dieses Sündopfer ist ein Abbild von Jesu Opfer am Kreuz. Was die Erfüllung dann eben war. Also Christus wurde durch dieses Abbild, durch sein eigenes Opfer, aus dem Lager entfernt. Und deswegen heisst es, Christus ist das Ende des Gesetzes. Halleluja. Er ist das Ende des Gesetzes. Sein Opfer wurde aus dem Lager entfernt. Das heisst, vom alttestamentlichen Dienst entfernt. In dem Moment, als Jesus am Kreuz hing und er sagte, it is finished. Es ist vollbracht. Passierte was? Der Vorhang zerriss im Tempel. Und was bedeutete das? Der Vorhang zerriss. Der alttestamentliche Dienst. Das Gesetz kam zum Ende. Und so wurde Jesus dieses Sündopfer ausserhalb des Lagers gebracht, das uns anzeigt, Christus ist nicht mehr innerhalb des Lagers mit seinem Opfer, weil er das Ende des Gesetzes ist. Wir sind jetzt unter Grace und nicht mehr unter Gesetz. Halleluja. Deswegen gehe ich zurück ins Lager. Denn zurück ins Lager wäre, weiter zu opfern. Wieder zu opfern. Wieder ein Tier auf den Opferaltar zu legen. No, 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 no. Jesus war das letzte Opfer. Und es war nicht innerhalb, sondern ausserhalb des Lagers ist das Sündopfer verbrannt worden. Innerhalb des Lagers, im Gottesallerheiligsten, das Fett, das zum lieblichen Geruch dem Herrn diente. Und jetzt sagt uns Paulus, weil wir sind überzeugt, der Hebräerbrief wurde von Paulus geschrieben. Okay? Und irgendein anderes Mal sage ich dir auch warum. Ich habe es schon verschiedene Mal angesprochen. Okay? Aber ein anderes Mal. Jetzt keine Zeit für das. Aber wir sind überzeugt. Paulus hat diesen Hebräerbrief geschrieben. Und er sagt uns, wir, wir sollen ausserhalb des Lagers gehen. Wir gehen nicht mehr unter das Gesetz. Wir sind unter Grace. Und dort wird unser Herz fest. In den Opfertaten von Jesus. In Jesu Opfergabe. Okay? In den Opfertaten dieses Alten Testaments, dieser Bilder und in seinem finalen Opfer. Du sagst, Pastor Erich, jetzt kommt eben, jetzt kommt dieses, vielleicht denkst du oder sagst du, das ist das Alte, das ich noch drin habe. Lasst uns die Schmach tragen. Was bedeutet das? Siehst du, jetzt kommt, jetzt kommt doch das Leiden hinein. Christen müssen leiden. Und wir müssen durch den Zerbruch gehen. Und wir müssen durch Leid gehen wie Jesus. Denn Jesus war unser Vorbild. Ich werde dann später zum Brandopfer noch über die Theologie des Zerbruchs reden. Denn Zerbruch, Jesus hat Zerbruch erfahren. Damit er uns aufrichten kann. Das kommt dann später zum Brandopfer. Aber du sagst, ja, aber diese Schmachtragung, das ist simpel und einfach. Doch was bedeutet das? Die Schmach Christi tragen. Halte dich zum Verworfenen. That's it. Geh nicht mehr zurück ins Lager. Geh nicht mehr zurück unter die Gesetze. Halte dich zum Sündopfer. Halte dich zu dem, der verworfen worden ist. Von denen, die im Lager sind. Wow. Don't go back. Was ist die Schmach? Jesus wurde verworfen von seinen eigenen Leuten. Wir sollen nicht zurück ins Alte. Sondern wir sollen uns zu dem halten, der verworfen worden ist. Preist im Herrn. Ist das nicht grossartig? Und so sagt er uns eben auch. Hier siehst du auch praktisch. Hier kommt etwas Praktisches. Zeig uns nochmals Vers 12. Hier kommt eine praktische Seite mit ins Spiel. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, ausserhalb des Tores gelitten. Vers 13. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Okay? So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Hier kommt eine praktische Seite mit hinein. Zu ihm hinausgehen wäre ja zu seinem Opfer hinausgehen. Bring in jede Situation deines Lebens, in Situationen von Sünde, in Situationen von Ungerechtigkeit, in problematische Situationen, bring das Opfer mit ins Spiel. Bring ihn in jede Situation deines Lebens. Sieh immer auf das Opfer. Geh zu ihm hinaus. Bring ihn in die unreinen Situationen deines Lebens. Bring sein Opfer in die unreinen Situationen deines Lebens. Und so wirst du seine Reinheit erfahren. Halleluja. Das ist das Sündopfer. Und dieses Sündopfer ist so wichtig für uns. Aber wie ich schon sagte, gibt es ja auch noch das Schuldopfer. Obwohl beides sehr neu beieinander ist, sehen wir als nächste Opferart, sehen wir jetzt das Schuldopfer im dritten Buch Mose. Und hier sind zwei Bibelstellen, wo du auch ausserhalb von Levitikus, das ist dritter Mose, Jesus als unser Schuldopfer sitzt. Das ist die ganz, ganz berühmte Stelle über Heilung. Erinnerst du dich an Jesaja 53? Die Stelle über Heilung, die fast jeder kennt. Schau mal, was es dort heisst. Wir alle, Jesaja 53, Vers 6, Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Unser aller Schuld warf er auf ihn. Dieses Schuldopfer ist so nahe am Sündopfer, dass es teilweise war es wie in einem. Und doch können wir es trennen, weil wir grosse Wahrheiten darin sehen, die für uns wichtig sind. Der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Okay? Wir können hier auch sagen, der Herr warf all unsere Sünde auf ihn. Und dann siehst du in den nächsten Versen, Vers 10 und 11, siehst du folgendes, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer, siehst du das? Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, durch seine Erkenntnis, wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Also wir sehen hier, Erlösung. Das, was Jesus für uns getan hat, wir wurden gerecht, weil er Sünde, all unsere Sünde, all unsere Schuld getragen hat. Und deswegen bleiben wir auch gerecht. Wir verlieren nicht unsere Gerechtigkeit. Wenn wir Schuld anhäufen oder versagen, verlieren wir nicht unsere Gerechtigkeit. Weil das Sündopfer und das Schuldopfer sind sehr eng miteinander verwandt. Und trotzdem können wir es trennen. Okay? Also hier siehst du ausserhalb vom dritten Mose eine Referenz. Und zwar eben im grossen Kapitel von Jesaja 53. Eine Referenz, ein Hinweis. dass er das Schuldopfer ist. Also siehst du, alle diese Opfer reden von einer Person und nicht von Animals. Okay? Alle Opfer reden von einer Person und nicht von Tieren. Always Jesus. Und so wie ich sagte, das sind die Opfer, Sünden, Übertretungen, die täglich passieren. Auf der einen Seite gegen Gott und auf der anderen Seite gegen Menschen. Und um das verstehen zu können, gehen wir hinüber zum dritten Mose, zum fünften Kapitel. Und so sieht das Schuldopfer aus. Dritter Mose 5, wir lesen ab Vers 14. Ja, machen wir. Machen wir ab Vers 15. Dritter Mose 5, Dritter Mose 5, ab Vers 15. Wenn eine Seele eine Veruntreuung begeht und sich aus Versehen versündigt an dem, was dem Herrn geweiht ist, das sind Sünden gegen Gott, so soll sie dem Herrn ihr Schuldopfer bringen, nämlich einen makellosen Widder von der Herde im Wert von so vielen Silberscheckeln, wie du schätzt. Nach dem Scheckel des Heiligtums als Schuldopfer. Siehst du, hier wird über das Schuldopfer also gesprochen. Dann Vers 16. Den Schaden aber, den er dem Heiligtum zugefügt hat, soll er erstatten und noch einen fünften davon dazufügen. Und es soll dem Priester geben und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken mit dem Widder des Schuldopfers. Und er wird ihm und es wird ihm vergeben werden. Es wird ihm vergeben werden. Und was wir jetzt hier sehen, auch in den nächsten Versen, wir lesen nicht alles durch, ist, dass der, der Schaden zugefügt hat, jemand anderem oder auch eben gegenüber dem Geweihten, gegenüber Gott, der musste das wieder gut machen. Und er musste es rückerstatten. Und er musste noch einen oben draufhängen. Den fünften. Das sind 20%. Den fünften. 20%. Also er musste, wenn er etwas gestohlen hat, sagen wir ein Tier, musste er es wieder gut machen. Zum Beispiel bei den Tieren war es so, dass man sogar, wenn es dann gestorben ist, dass man sogar vierfach ersetzen musste. Zum Beispiel, wenn jemand ein Schaf stiehlt. Ein Schaf wird aus einem Gehäge geklaut. Und das Schaf kommt bei der wilden Verfolgungsjagd um. Okay? Also du klaust es und du tust es in den Anhänger, die Polizei kommt, FBI, CIA und eine wilde Verfolgungsjagd mit Helikopter und allem. Ich habe schon lange nicht mehr über Hollywood, ich muss wieder ein wenig. Und völlig action, action movie. Und der Anhänger überschlägt sich und das Schaf kommt um. Musste man es vierfach wieder herstellen. Okay? Musste man vier Schaf, vier Schaf, das Schaf plus vier Schafe wieder zurückerstatten. Jetzt würde er davon kommen, also er würde nicht erwischt werden. Okay? Erst später. Und das Schaf würde in seiner Garage gefunden werden. Im Jahr 2000 wäre es ein Neuwagen. Okay? Der Bentley wäre in der Garage, der gestohlene Bentley. Dann müsste er doppelt zurückerstatten, zweifach. Wenn es stirbt, vierfach. Wenn es umkommt, zweifach. Aber mindestens im mindestens immer einen fünften. Das ist die Wiedergutmachung. Und da gab es, ich sage es dir, da gab es einen Haufen Gesetze der Wiedergutmachung. Diese Theologie kommt manchmal in einer Art und Weise in christlichen Kreisen vor. Man nennt sie die Wiedergutmachungstheologie. Dass wenn du Christ werden willst, musst du wiedergutmachen. Oder wenn du Christ geworden bist, bist, dann musst du zurück zu all denen, denen du Schaden zugefügt hast. Kennt jemand? Ich kann dir von Anfang an sagen, dass dies komplett Altes Testament ist. Totally. Alle Wiedergutmachungstheologie ist nicht Neuer Bund. Das ist das Gesetz des Alten Testaments. weil unter dem Neuen Bund findest du keine Wiedergutmachungstheologie. Du findest das nur in den Gesetzen. Und meistens, wenn das gepredigt wird, meistens, wenn du das hörst, diese Wiederherstellungstheologie für uns heute, die oftmals komplett übertrieben ist, dann werden hauptsächlich diese Stellen aus dem Alten Testament werden gebraucht. Zum Beispiel eben das Schuldopfer den fünften Teil, die 20%. Oder das Schaf, das beim Stehlen gestorben ist, vierfach zurückerstatten. Oftmals werden diese Stellen gebraucht. Und dann wird gesagt, der Christ muss wieder gut machen. Nun, nochmals, das ist keine Theologie des Neuen Testaments. Erstens ist es nicht umsetzbar. Es ist in der Praxis komplett nicht umsetzbar. Und zweitens, wenn das so wäre, dann wäre unsere Erlösung an eine Bedingung geknüpft. Okay? Der Heilige Geist kann zu dir reden, dich führen, vielleicht mit gewissen Leuten wieder zusammen zu sitzen, sich zu versöhnen. Das ist Führung des Heiligen Geistes. Und wenn er das tut, okay. Aber das gilt nicht generell für jeden Christen. Dass jeder Christ muss wieder gut machen, wenn er sündigt. Ah, nein, so ist aber Pastor, Zacchaeus. Zacchaeus. Ja, Zacchaeus hat genau das getan. Zacchaeus hat das, was er betrogen hat, wie viel Mal zurückerstattet? Hä? Vierfach zurückerstattet. Genau das hat er getan. Ja, er hatte eine Begegnung mit Jesus. Aber ich zeige dir, was neutestamentliche Wiedergutmachung ist. Okay? Was das bedeutet und was das ist. Weil das ist viel grösser, cooler, besser, als uns Gesetze jemals auftragen könnten. Willst du wissen, was neutestamentliche Wiedergutmachung ist und wie wir sie heute nennen? Okay, ich zeige es dir. Geh mit mir zum Philemon Brief. Philemon, okay? Zum Philemon, der hat nur ein Kapitel, du musst nicht lange suchen. Und wenn du suchst, bist du schon zu weit. Paulus schreibt diesen Brief aus seiner ersten römischen Gefangenschaft. Das ist nach seinen drei Missionsreisen. Und er schreibt diesen Brief an einen reichen Mann, der heisst Philemon. Und Philemon war sehr, sehr reich, er hatte Sklaven. Und einer seiner Sklaven war der junge Onesimus. Onesimus, sehr moderner Name heute. Und Onesimus war Diener bei Philemon. Aber Onesimus hatte eine Vergangenheit und ein altes Leben, wo er ab und zu Dr. Langfinger wurde. Er liess Dinge mitlaufen. Er hat Dinge gestohlen. Okay? Und er hat Dinge aus dem Haushalt von Philemon, von seinem Herrn, das heisst von seinem Angestellten, mitlaufen lassen. Er hat es gestohlen. Und so, damit er nicht geschnappt wird, rennt Onesimus davon. Und er landet irgendwie schlussendlich bei Paulus. Und Paulus nimmt ihn bei sich auf. Einen Fugitiv. Einen flüchtigen Gauner. Okay? Und Onesimus preist dem Herrn. Er lebt eine Verwandlung seines Lebens. Er lernt Jesus kennen. Sein Leben verwandelt sich komplett durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und er dient für einige Zeit dem Paulus. Paulus trainiert ihn, Paulus coacht ihn, was auch immer. Paulus zeigt ihm den Weg. Und der junge Mann wird ein ehrlicher junger Mann. Aber Paulus weiss, dieser Onesimus gehört ja nicht mir. Der gehört einem anderen. Er ist Angestellter von einem anderen, von Philemon. Aber jetzt was macht Paulus? Er schreibt Philemon einen Brief. Okay? Mit seinem iMac. Für alle Samsung Freunde, wir sind keine Samsung Gemeinde. Wir sind ups, jemand schüttelt den Kopf. Naja, haben wir Gnade mit dir. Preis dem Herrn. Und jetzt schickt er ihn zurück mit diesem Brief. Schau an, was Paulus schreibt. Das ist der Brief und jetzt schickt er ihn zurück. Er sagt, wenn er dir aber einen Schaden zugefügt hat, siehst du? Onesimus ist der Schädiger. Beim Schuldopfer geht es um Schädiger und um Geschädigte. Okay? Das Schuldopfer vom dritten Mose, da gibt es die eine Seite schädigt, verursacht und die andere Seite wird geschädigt. Wir alle kennen beide Seiten. Stimmt? du wurdest schon geschädigt, aber du hast auch schon Schaden zugefügt. Du hast schon Versprechen nicht eingehalten. Stimmt's? Hast schon gewisse Dinge getan, die man nicht hätte tun sollen. Wir alle kennen beide Seiten, die Seite des Schädigens und die Seite des Geschädigten. Dank sei Gott, hat Jesus beide Seiten die Vertretung genommen und hat beide Seiten auf sich genommen bei diesem Schuldopfer. Also hier ist der Onesimus, der Schädiger gegenüber dem Philemon und Paulus trainiert ihn, Paulus bringt ihn dazu, dass er ein neues Leben beginnen kann und jetzt schickt er ihn zurück. Weißt was Paulus sagt? Hey, das ist neutestamentliche Wiedergutmachung. Er sagt, wenn er dir Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Paulus hat damit nichts zu tun. Das ist Neutestament. Und dann Vers 19. Ich Paulus schreibe das eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Vers 20. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Weißt du, was neutestamentliche Wiedergutmachung ist? Dann, wenn du nichts damit zu tun hast. Dann, wenn du nicht der Schädiger bist bist und dann, wenn du nicht der Geschädigte bist. Dann, weil du aus Liebe einfach jemandem Gutes tun willst. Halleluja. Wir nennen es Giving. Geben. Siehst du, das ist der Weg im Neuen Testament. Halleluja. Wir brauchen nicht wieder gut zu machen, sondern wir machen gut für andere. Bezahlen die Schulden von anderen. Wir hatten nie damit etwas zu tun. Wir erledigen die Probleme für andere. Das ist der neutestamentliche Weg. Und es ist immer der Weg des Gebens. Wir sind so sehr geliebt, dass wir Menschen so sehr lieben, dass wir sie aus ihren Schulden heraus sehen wollen. Preist dem Herr. Denn das hat schlussendlich Zacchaeus getan. Siehst du, Zacchaeus sagte zwei Dinge. Nach der Begegnung mit Jesus sagte er, ich erstatte das, was ich betrogen habe, vierfältig zurück. Das sehen wir im Gesetz. Aber dann sagt er noch etwas anderes. Und ich gebe die Hälfte meines Vermögens. Ich gebe. Come on. Ich gebe die Hälfte meines Vermögens. Das findest du nicht im Gesetz. Sondern das ist seine Begegnung mit Jesus. Ding. Boom. verwandelt, verändert, ein für allemal. Und er sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens, teile ich jetzt. Das ist das Neu-Testamentliche. Das ist der Weg des Neuen Testaments. Es ist der Weg des Gebens. Und wenn wir den Weg des Gebens verstanden haben, dann sind wir daran interessiert, für andere Menschen Schulden zu tilgen. Come on. dann lieben wir es, anderen aus der Patsche zu helfen, weil wir die Finanzkraft dazu haben. Oh komm, seid etwas mehr begeistert. Das ist nicht hier zum Einschlafen, sondern das kann ein Leben komplett verwandeln und verändern. Amen. Siehst du, die ganze Theologie der Wiedergutmachung. Wir sind so fest von Jesus berührt, dass wir geben wollen. Und dann sehen wir und finden wir andere Menschen in unserem Leben, wo wir helfen können, wo wir wiedergutmachen können. Halleluja. Denn es ist unmöglich, dass du zu allem zurückrennst und alles wiedergutmachst aus deiner Vergangenheit. Stimmt's? Ist unmöglich. Aber die Gegenwart, Menschen, die gegenwärtig mit uns zusammen sind, Probleme haben, da können wir etwas tun. Wow. Halleluja. Unter dem Alten Testament war es Wiedergutmachung. Unter dem Neuen Testament ist es freizügig, Freigebigkeit. Freigebigkeit. So heisst es unter dem Neuen Testament. Und was für ein Beispiel uns Paulus hier gibt. Er würde alles bezahlen. Ist das nicht gewaltig? Er würde alles bezahlen. Halleluja. So cool. Und dies ist das Schuldopfer. Im Schuldopfer nimmt Jesus eben beide Plätze ein. den Platz des Geschädigten und den Platz des Schädigers. Er vertritt beide Seiten. Er vertritt unsere schuldige Seite, weil wir Schaden zugefügt haben. Aber er vertritt auch die Seite des Geschädigten. Amen. Siehst du, wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen und verstehen, wow, was würde das bedeuten? Vergebung würde einfach werden. Denn du und ich wurden geschädigt. Aber Jesus nahm auch stellvertretend diesen Platz ein. Du bist nicht mehr der Geschädigte. It's Jesus. ich habe gerade einen Flash. Wow. Ich bin misshandelt worden, ich bin missbraucht worden, Versprechen wurden nicht eingehalten, ich wurde über den Tisch gezogen. Diesen Platz nahm Jesus. Jesus wurde missbraucht, Jesus wurde misshandelt, Jesus wurde über den Tisch gezogen, damit du deinen Peinigern vergeben kannst. der Holy Ghost speaking. Und falls du der bist, der missbraucht hat, der über den Tisch gezogen hat, unlauter Wettbewerb begangen hat, Versprechen nicht eingelöst hat, Herzen gebrochen hast und zu deinem eigenen Vorteil Dinge gebogen hast, nahm Jesus ebenfalls diesen Platz des Schädigers ein. Schuldopfer ist komplett. Wow. Der Herr redet zu uns. Der Herr gibt uns eine Offenbarung, die wir gar nicht so haben könnten, weil ich sehe es erst jetzt. Man studiert etwas und man sieht manchmal die Dinge erst, wenn man sie predigt. Ist das nicht gewaltig? Gott nahm den Platz von beiden Seiten ein. Und jetzt weisst du, was der Herr sagt? Woo! Tipp Kick. Weisst du, was er jetzt sagt? Wenn er die Seite von beiden Menschen, Jesus ist das Schuldopfer. Okay? Wenn er das Schuldopfer ist, ist er Geschädigte und Schädiger. Denn er ist stellvertretend für meine Sünde und meine Übertretung. Ich ging in die Irre wie ein Schaf. Ich schädigte auch Gott. Aber er nahm das auf sich komplett. Und jetzt sagt Gott was? Wenn er beide Seiten einnimmt, sagt er, ich er rückerstatte und stelle wieder her. Mit einem Fünften. Grace. Amen. Fünf ist die Nummer von Grace. Mit dem Fünften darüber hinaus. Das heisst, wenn du der Geschädigte bist, dann verheisst dir jetzt Gott Rückerstattung. Aber solange du nicht vergibst, bist du nicht in der Position, um Rückerstattung zu empfangen. Come on. Denn Unvergebenheit hindert uns, blockiert uns. Aber der Herr sagte, ich bin der Geschädigte, nicht mehr du, damit ich dir 120 Prozent geben kann, ich bin die Partei des Geschädigten, damit du vergeben kannst. Denn wenn wir nicht vergeben können, dann blockieren wir. Aber hier kommt etwas mit hinein, dass der Herr vor einigen Jahren offenbarte. Gott hat dir diese Unvergebenheit und diese Bitterkeit, die du gegenüber dem Schädiger hast, auch bereits vergeben. Denn wir dürfen nie darin hängen bleiben, dass meine Unvergebenheit hindert mich, meine Unvergebenheit blockiert mich, damit ich von Gott sein Bestes empfangen kann. Wir dürfen nie darin hängen bleiben, wir müssen von dem loskommen und der Weg, wie wir davon loskommen ist, dass er dir diese Verfehlung auch vergeben hat. Denn das würde dich zum Schädiger machen, deiner selbst. Come on, das würde dich zum Schädiger deiner selbst machen. Also sieh, wie er dir diese Sünde bereits, diese Bitterkeit, die du hast gegenüber deinem Schädiger, wie er diese schon bereits vergeben hat, das löst dich, um in die Position jetzt zu rücken, von zu sagen, Gott, du hast alles gemacht, ich bin da, ich empfange jetzt, weil ich komplett loslassen kann. Du hast mir diese Bitterkeit bereits vergeben, ich lasse sie jetzt auch gleich los. Warum festhalten, wenn er dir etwas vergeben hat? Come on, warum etwas halten, dass er dir vergibt? ist so sehr in Wiederherstellung, in Wiedergutmachung, nicht, dass du musst, sondern, dass er dir wiedergutmachen tun will. Dort liegt es. Er will dir wiedergutmachen. Weisst du, wann Jesus zurückkommt? Erst dann, wenn alles wieder hergestellt ist. Erst dann kommt er wieder. Vorher kommt er nicht. wiedergut. Wow, wirklich? Ja, yes. Willst du die Bibel stellen? Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3. Vers 19 bis 21. So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist das Sündopfer. Was ist Busse tun? Back to grace. Teshuva ist zurück zur Gnade. Steht in meinem Buch. Teshuva. Busse. Umkehr. Was ist Umkehr? Zu Jesus kommen. Das ist Umkehr. Going to Jesus. Halleluja. Das ist das Sündopfer. Jesus nahm diese Sünde. Das heisst, das Sündopfer. Wir können Busse tun. Wir können back to grace, back to Jesus, weil er das Sündopfer ist. Dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und damit was kommt? Zeiten der Erquickung vom Herrn. Das christliche Leben ist kein leidendes Leben, sondern ein erquicktes. Wow. Wenn dir gesagt wurde, dass du als Christ jetzt beginnt dein Leidens Weg, dann ist dir genauso eine Lüge erzählt worden, wie in dem Zeugnis, das wir gehört haben. Wenn du zum Herrn kommst, dann hörst du, dass von jetzt an kommt Erquickung. Von jetzt an kommt Erfrischung, denn Gott ist dabei, dir 120% wieder gut zu machen. Aber diese Message wurde nicht gepredigt. Die Message von wir müssen die Schmach Christi tragen, wurde gepredigt. Oh, ich liebe es, die Schmach. Ich will so viel Schmach Christi tragen, wie es nur geht, weil ich will mich zum Verworfenen halten, weil dort ist wieder Herstellung. Boom, 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 life abundantly, Leben im Überfluss. Amen. Also, was sagt er hier? Damit Zeiten der Erquickung kommen. Und dann Vers 20, und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde. Jesus, Jesus, damit er den sende, und jetzt Vers 21, denn der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner Propheten von Alters her geredet hat. Wann kommt Jesus zurück? Dann, wenn alles wiederhergestellt ist. Wow. Halleluja. Dann, wenn alles wiederhergestellt ist. Und deswegen empfange deine 120% Wiederherstellung. Pastor Joseph hat es gesagt, das Jahr 2015. It's the year of restoration. Das Jahr der Wiederherstellung. Was für einen gnädigen Gott wir haben. Aber solange wir diese Unvergebenheit und solange das in unser Herz gefangen nimmt, lass los, denn der Herr ist der Geschädigte. Amen. Er ist der Geschädigte. Weisst du, Gott hat auch ganz, ganz generell durch unsere Erlösung, weil das Sündopfer und das Schuldopfer sprechen ja von Erlösung. Gott hat durch deine und meine Erlösung gegenüber der Schöpfung von Adam dazugewonnen. Unsere Erlösung in Christus ist besser als die adamitische Schöpfung, weil Gott 20% dazugewonnen hat zur Schöpfung. Das Opfer, das Schuldopfer redet von Erlösung, stimmt's? Gott ist beide Seiten, der Geschädigte und der Schädiger, weil er stellvertretend unsere Seite einnimmt. Aber er ist der, der wiederherstellt, weil der Schädiger muss ja wiederherstellen. Der Schädiger muss ja wiedergutmachen. Also übernimmt Gott auch diesen Teil. Er macht für dich wiedergut. Preis dem Herrn. Und das bedeutet simpel und einfach, im Gesamtbild der Erlösung, wenn wir zurückgehen zur Schöpfung, dann hat Gott dazugewonnen durch unsere Erlösung in Christus. Stell dir mal vor. Komm mal, erstes Buch Mose, erstes Kapitel, zweites Kapitel. Adam war im Garten. Okay? Aber du siehst nicht in Person Jesus. Du siehst nur den Bauen des Lebens. Aber du siehst Jesus nicht in Person im ersten Mose. Aber Jesus war da in Person. Gott hatte einen Sohn und eine Tochter. Aber in Christus hat er eine ganze Familie. Adam wird nie Erbe genannt. Never ever. Denn wir sind Erben Christi. Gott hat dazugewonnen. Gott hat dazugewonnen. Schau dir an. Das ist ein grossartiger Kommentar. Und den möchte ich dir gerne vorlesen. Und zwar in der Hinzufügung des Fünftels finden wir einen Charakterzug des wahren Schuldopfers, der oft zu wenig beachtet wird. Wenn wir an all das Böse denken, wodurch wir uns dem Herrn gegenüber verschuldet haben und wodurch Gott seiner Rechte in dieser bösen Welt beraubt worden ist, mit welcher Freude können wir dann auf das Kreuz von Golgatha blicken und es als Werk betrachten, wodurch Gott das Verlorene nicht nur wiedererlangt, sondern sogar unendlich viel dadurch gewonnen hat. Er erntet, wie einmal jemand gesagt hat, auf den Feldern der Erlösung. Eine reichere Ernte an Herrlichkeit, Ehre und Lob, als er je auf den Feldern der Schöpfung hätte ernten können. Die Söhne Gottes konnten angesichts der leeren Gruft Jesu einen erhabeneren Lobgesang anstimmen, als es je angesichts des vollendeten Schöpfungswerkes geschehen war. Durch das Menschenfall im Paradies war die Schöpfung in Trümmer geraten, aber durch das Kreuz Christi ist der Grund zu einer neuen Schöpfung gelegt worden, welche die Alte an Herrlichkeit weit überstrahlt. Heisst es nicht, dass das neuere, grössere Herrlichkeit hat als das alte? Wow, Redemption, Erlösung. Da muss man voll staunen sagen, welche eine Weisheit und Herrlichkeit birgt das Kreuz in sich. Eine Weisheit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie diese erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Wir haben jetzt so viel mehr in Christus als Adam je hatte. Gott hat dazu gewonnen. Gott wurde wieder gut gemacht, 120%. Das, was er in Adam verloren hatte, mit der Tochter und mit dem Sohn, die er verloren hat, hat Gott die Erlösung in Christus wieder Gutmachung erfahren. Wow. Hast du gewusst, dass es im Römerbrief fünfmal heisst, wie viel mehr? Und zwar dort, wo er mit Adam vergleicht. Paulus hat den Römerbrief geschrieben und dort vergleicht er mit Adam. Und dort schreibt er fünfmal, wie viel mehr das Neue ist gegenüber dem Alten. Wow. Lass uns das anschauen, im Römer fünf, Vers neun. Römer fünf, Vers neun. Siehst du, das erste Wort? Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Und das fünfte Kapitel von Römerbrief ist ein Vergleich zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam. Zwischen dem einen, der übertreten hat zum Tod für die vielen, das ist Adam. Gegenüber der, der die Gerechtigkeit gebracht hat für die viele, das ist der Christus. Das ganze fünfte Kapitel ist ein Vergleich. Adam, Jesus, Adam, Jesus, Adam, Jesus, Adam, Jesus. Wie viel mehr? Und dann schau dir Vers 10 an. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr? Werden wir als Versöhnte gerettet werden, durch sein Leben? Wie viel mehr? Dann Römer 5, Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe, nicht wie mit der Übertretung. Siehst du, die Übertretung des Einen sind die vielen gestorben, das Adam. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Mass zu den vielen gekommen? Wie viel mehr? How much more? How much more? Siehst du, der Erste ist Adam, der Zweite ist Christus, aber nicht eins, zwei, sondern eins und so viel mehr. Römer 5, Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des Einen, wer ist das? Adam, der Tod zur Herrschaft kam, durch den Einen, wer ist das? Jesus, was ist das nächste Wort? Wie viel mehr? Wie viel mehr werden die, wer ist das? Wir, ganz genau. Das sind wir und du und ich. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Wie viel mehr? Gott hat viel mehr dazu gemacht. Wow. Und zum Schluss Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Mass der Übertretung voll wo aber das Mass der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und in der englischen Übersetzung heißt es am Schluss much more. Much more. But where sin abounded, grace abounded, much more. Das sind in einem Kapitel 5, wie viel mehr. Much mores. Unser Gott ist too much. Unser Gott ist too much. Er ist so viel mehr. Erwarte Wiederherstellung. Erwarte, dass er dich wiederherstellt. dort wo du Schaden erleidet hast, wird Gott 120% wiederherstellen. Das heisst, er wird eine Ehe wiederherstellen. Er wird finanziellen Verlust wiederherstellen. Gott ist im Wiedergutmachungsbusiness. Amen. Er wird Kinder und Kindeskinder wiederherstellen. Halleluja. How much more. Es sieht jetzt nicht danach aus. Vielleicht sieht es jetzt noch nicht überhaupt nicht danach aus. Und das ist unser Problem. Wir schauen immer in die gegenwärtige Zeit hinein. Als das, was er tun wird. Schau in die Zukunft. Amen. Und siehst du, für viele von heute an, okay, schreib es dir auf. Schreib es dir auf, es ist ein prophetisches Wort. Für viele von euch von heute an, von diesem Tag, beginnt Gott seinen Wiederherstellung und Wiedergutmachungsprozess von heute an. Seinen Wiederher- und Wiedergutmachungsprozess von 120%. Weswegen beginnt er es heute? Weil heute hast du die Erlösung verstanden und Glauben in deinem Herzen ist hochgekommen und jetzt kannst du es empfangen. Jetzt kannst du sagen, danke Herr, dass du wieder herstellst. Amen. Halleluja. Denn von unserer Seite brauchen wir nichts zu tun, ausser Jesus zu vertrauen, dass er es tun wird. Aber Glaube entsteht durch Hören. Und wenn du nicht hörst, kann kein Glaube entstehen. Deswegen in dem Moment, wo du gehört hast und wo du eine Offenbarung nicht einfach von der Bibel hast, sondern eine Offenbarung vom Wort Christi. Denn Römer 10, 17 ist nicht einfach nur das Hören kommt aus dem Wort. Römer 10, 17 ist das Hören kommt aus dem Wort Christi. Der Glaube kommt aus dem Wort Christi. Und in dem Moment, wo du eine Offenbarung hast von Christi selbst und seiner Erlösung, seinem Wort, entsteht Glaube. Und wenn Glaube entsteht, Halleluja, dann kann dich nichts mehr stoppen. Amen. Kann dich nichts mehr aufhalten, deine 120% Wiederherstellung zu empfangen. Amen. Deine 120% Wiederherstellung. Wow. Gott liebt es zu vermehren. Amen. Gott liebt es zu multiplizieren. Wow. Hast du auch 10 nach? Warum unterbricht mich niemand? Halleluja. Ist es nicht großartig? Nichts kann dich mehr stoppen. Nothing. Schreib es auf. Dieses heutige Datum ist der Beginn eines Wiederherstellungs Prozesses. Weil du heute das Schuldopfer verstanden hast. Wow. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir so sehr. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Ich danke dir so sehr, so sehr, Herr, dass heute etwas passiert ist. Halleluja. Dass heute etwas am Entstehen ist von dir. Dass heute Wiederherstellung am Wirken ist. Denn du hast uns gesagt und gezeigt, Das grössten Wunder entstehen dann, wenn wir das Wort und die Verkündigung des Glaubens hören. Danke, Danke, Herr. Danke, Jesus, für all das Gute, dass du am Wirken bist. Für all das Gute, dass du am Tun bist. Und all das, was kommt. All das, was wiederhergestellt wird. Preis der Lord. Danke, für all die Gunst, die kommen wird. Danke, Jesus, für all das, was du im Leben des Einzelnen jetzt beginnst zu tun und wiederherstellst. Wir danken dir, Herr. Wir rufen es im Glauben. Danke, Jesus, für deine Wiederherstellung. Danke, danke, danke. Nicht mehr durch Zerbruch gehen, sondern von Gott wiederhergestellt werden. Denn du bist durch Zerbruch gegangen, damit du uns wieder gut machen kannst. Amen und Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Ich glaube, dass wir in den nächsten Zeiten grossartige Dinge hören werden. Grossartige Dinge. Wunderbare Zeugnisse, wunderbare Dinge, nicht nur hier, auch via Internet, das geht bis ins Südamerika hinaus und über den ganzen deutschsprachigen Raum, auch für all die, die zuschauen, all die, die hören, die die CD hören, die MP3, die im Internet mit dabei sind, on demand oder via CD, genau dasselbe gilt für jeden, Halleluja, der Glauben erfahren hat durch dieses Wort heute. Das ist nicht auf hier begrenzt, sondern das geht hinaus in Jesu Namen. Amen und Amen. Mach dich ready für Grace, für Gunst, denn es ist der Fünfte darüber hinaus. Ein Bild für Gnade, stimmt's? Amen und Amen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, viel Segen, viel Gunst, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werden wir das Brandopfer anschauen, das Brandopfer und werden noch weitergehen. Bis bald und auf wieder schauen mit den Namen.